Die Schottischen Highlands Die Schottische Großteilnehmer sollten schon etwas Übung in Pilates haben. Termine, Sprechstundenzeiten bei Ärzten, ein bisschen Klatsch und Tratsch, jeden Tag ein paar Stunden, für gut zweieinhalbtausend Bewohner Gerlocks. Ich mag die örtlichen Nachrichten und die Musik ist auch gut, von traditionell schottisch bis zu modernem Pop. Das Radios ist für unser Dorf sehr wichtig geworden. Jeder bekommt dort seine örtlichen Informationen. David Carruthers betreibt den einzigen Laden in Gerloch. Er schaltet Werbung beim örtlichen Radio und unterstützt es, wo immer er kann. Da können Kunden ihr Wechselgeld reinwerfen für unsere kleine Radiostation, wenn sie mögen. In den letzten zwei Jahren kamen so fast 1000 Euro zusammen. Das gemeinnützige Radio finanziert sich durch Spenden, öffentliche Zuschüsse und Werbung. Es musste eine Sendelizenz erwerben, wie große Stationen auch. Heute verbindet es Gerloch mit der Welt und die Welt mit Gerloch. Wir senden wie viele Radios auch im Internet. Wir bekommen E-Mails selbst aus Dubai, Australien, Südafrika, Island, den USA, von überall her, dort, wo Schotten zu Hause sind. Heimatliche Klänge in aller Welt. Britanniens kleinste Radiostation macht Schotten und ihre Highlands ein kleines bisschen weniger einsam. Werbung im Auftrag fragt. Werbung im Auftrag der Körne und die Welt. Ein Kalender wird verarbeitet.